1. Wespe Eine Wespe ist ein Insekt, das auch zu den Raubinsekten gehört. Eine Wespe gehört zu den sogenannten Hautflüglern. Die Wespen sehen der Biene ähnlich. Sie sind typischerweise schwarz-gelb und sie können auch stechen. Wespen haben Vorderflügel, die in der Ruhe der Länge nach zusammengefaltet werden können. 1. Wespe gilt als ein Symbol sowohl für Schönheit, denn sie ist weiß-gelb, als auch für Stechen. 1. Wespe ist ein Insekt mit giftigem Stachel, das der Biene ähnlich ist, aber eine schmale Taille hat. So spricht man auch von einer Wespentalje. 2. Wespenstiche können harmlos sein, Wespenstiche können aber auch wehtun und manche Menschen sind allergisch gegen Wespenstiche. 3. Wespenstiche